Ja, Moin und Willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gegenstand-Shop an, und zwar den Shop, den wir jetzt gleich neu bekommen werden. Ja, Starke Rotte und hier dieser Finsterhase, der wird auf jeden Fall verschwinden, die gehen raus aus dem Shop und bleiben nicht weiterhin. Die ganzen Oster-Skins sollten auch eigentlich gehen, also ich glaube, die werden nicht nochmal weiterhin dableiben. Und was wir so Neues bekommen, bin ich mega gespannt, denn ich weiß es tatsächlich noch nicht. Wir lassen uns überraschen, Leute, aber bis dahin würde ich sagen, lasst ein Abo da und natürlich auch die Glocke aktivieren, denn mehr als 50% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Ihr könnt natürlich auch noch meinen Creator-Code im Gegenstand-Shop eingeben, Meta-8 ist auch komplett kostenlos, um mich damit zu unterstützen. Da würde ich sagen, schauen wir mal direkt rein in den Shop. Viel Spaß! Und der neue Shop ist da, Leute, und wir haben richtig geile Sachen bekommen, und die gucken wir uns einfach mal gleich an. Wir fangen mit einem ungewöhnlichen Emote an, und zwar Shaolin Sit-Up für 200 V-Bucks. Finde ich cool, der Geist gebietet über den Körper, ganz komischer Satz, sehr, sehr schlicht, wer Bock drauf hat, heute für 200 V-Bucks. Dann haben wir nochmal die Dschungelspärin für 800 V-Bucks. Ein ungewöhnliches Outfit, ist auch sehr cool, feiere ich auf jeden Fall, kann man definitiv machen. Und ja, ist ganz schlicht, für 800 V-Bucks darf man halt auch nicht allzu viel verlangen. Ja, und ich würde sagen, wir gucken aber direkt weiter. Dann haben wir noch eine epische Spitzhacke, und zwar den Quietscher. Hatten wir auch schon ein bisschen länger nicht mehr im Shop, wenn ich mich nicht täusche, aber für 1500 V-Bucks habt ihr heute wieder die Möglichkeit, diese Spitzhacke im Shop zu kaufen. Ob ich sie mir persönlich kaufen würde, ich denke eher nicht, ich finde die jetzt nicht so aufregend, aber wer Bock drauf hat, kann sie natürlich gerne kaufen, ist jedem selbst überlassen. Wenn ihr noch V-Bucks braucht, unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox- und PSN-Karten verlinkt, könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich sogar dabei unterstützen. Dann haben wir nochmal den Archetype-Skin für 1500 V-Bucks im Shop. War auch noch nicht allzu oft, glaube ich, im Shop 8 Mal, und zuletzt vor 44 Tagen, mit dem Paradigma-Rücken-Accessoire. Aber 1500 V-Bucks ist jetzt natürlich nicht wenig, aber ich glaube für diesen Skin mit dem Rücken-Accessoire ist es ganz cool. Dann haben wir nochmal ein seltenes Emote, und zwar Wackeln für 500 V-Bucks. Und es wackelt einfach. Ihr seht schon, der Marshmallow-Skin leuchtet überall an den Knien, Arm und an dem Kopf. Ja, natürlich mit dem Emote. Also, wenn ihr euch die Po-Wackeln wackeln lassen möchtet, dann für 500 V-Bucks im Shop heute. Dann haben wir noch einen neuen Hängegleiter, schon lange keinen mehr gehabt, und zwar Globetrotter. Ja, richtig cool. Für 500 V-Bucks habt ihr so einen Globus oben, oder so eine kleine Weltkarte. Die Welt gehört dir, finde ich, sehr gut. Und ich finde den sogar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Ich finde den irgendwie fresh, gefällt mir sehr gut, und für 500 V-Bucks definitiv gönnbar. Dann haben wir eine Lackierung, die animiert ist heute im Shop. Heat ist zum ersten Mal heute im Shop, und für 500 V-Bucks könnt ihr euch diese animierte Lackierung kaufen. Ihr seht es hier schon, es leuchtet einfach, und dicker, geil. Also, nachdem wir ja diese Lava-Lackierung hatten, ist es auch schon eine richtig geile Lackierung. Gönnt euch die natürlich, Leute, ey, ich werde es mir definitiv auch gönnen. Stelle deinen Stil zu Schau, Teil des Teuflisch-Set, und es animiert. 500 V-Bucks, gönnt euch das, und natürlich nicht vergessen, mein Creator-Code, Meta-8, einzugeben, bevor ihr euch das gönnen möchtet. Dann haben wir die Dämonika für 2000 V-Bucks heute wieder im Shop. Ja, Dämonika war bislang zweimal im Shop, plus heute sind es dreimal. Mit den Dämonika schwingen, plus die Heißhake für 1200 V-Bucks. Zwei sehr, sehr geile Sachen, und diese Spitzhake finde ich richtig fresh. Also, Leute, wenn ihr euch das gönnen möchtet, nicht vergessen. Und ein episches Ausfait noch, Sanktum für 1500 V-Bucks, mit dem Umhang des Zirkels, plus Mondaufgang für 1200 V-Bucks. Sehr, sehr cooler Skin, Leute, gefällt mir sehr gut. Und auch der Shop heute ist nicht schlecht. Eure Meinung gerne in die Kommentare, aber ich finde, heute in dem Shop kann man sich definitiv einige Sachen gönnen, die sehr fresh sind. Wenn ihr euch das gönnen möchtet, dann natürlich mit dem Creator-Code, Meta-8. Abonnieren nicht vergessen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss, und bis zum nächsten Mal.